Ein wunderschöner Morgen oder keine Ahnung, welche Tageszeit gerade ist, erwartet uns allerdings auf jeden Fall hier in unserer kleinen süßen Minecraft Welt. Da kam ordentlich was raus. Dementsprechend habe ich dadurch auch eine Menge Erfahrungspunkte sammeln können und nun sprinten wir fixe Gruppen. Oh mein Gott, ich erschreck mich da immer so. In Ordnung, Decker. Will hier vielleicht noch jemand um die Entdeckung? Ich kann nichts dafür. Ach, der war das. Oh mein Gott, ich dachte gerade hier vorne hat sich ja auch noch irgendwer bewegt. Das Schwein ist immer noch verkehrt herum, kaputt geht und zwar kann ich... Oh Leute, Freudex hier. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass es schafft, hier vorne durchzukommen. Oh, guck mal, es ist immer noch nackt. Ja, aber du, ich war vor ein paar Folgen hier, also... Dann komm. Ach so, du bist wieder zu fett, um hier irgendwie durchzukommen. Ihr wisst ja, das ist der Name von unserer... Äh, allerdings ist nun der Moment der Wahrheit, meine lieben Freunde, wir sch... Du hast es noch gar nicht gesehen. Ja, okay, das stimmt. Also ich hoffe mal... Voll in Ordnung! Vorne reingeht und dann auf der anderen... Machen wird demnächst, wir brauchen nur ein Namensschild. Der guckt meine Videos. Das ist wieder auf einem Level. Oh mein Gott, ich habe nur noch zwei Her... Drei Herzen habe ich nur noch. Und da sind wir auch schon wieder in der Unterwelt angekommen, meine lieben Freunde. Sooo, meine Damen und Herren. Ich habe die Sandra hier vorne mal kurz eingesperrt. Sie hat hier vorne auch so ein bisschen was Warmes, damit ihr nicht ganz so kalt ist. Sodass ihr ein bisschen... Es sind Monstern hier? Ich sehe auch keine... Wieso kann ich denn nicht schlafen? Tür zu? Wenn ich jetzt plötzlich schlafen kann, ne? Ich check's nicht. Genommen. Ich werde die Items jetzt nochmal ganz fix sortieren, meine lieben Freunde. Denn, meine lieben Freunde, an der Stelle beende ich jetzt auch heute endlich das Video. Von daher Daumen drücken, meine lieben Freunde. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.